Piercing Studio, Wermitzkirchen. Die Kathi aus Solingen ist heute hier. Die Kathi hat heute Geburtstag und wer Geburtstag hat, bekommt einen Glitzerstein von uns gratis. Jawohl! Was bekommst du für ein Piercing? Ein Rook. Ein Rook-Piercing. Nicolo, startklar? Genau, steht in Anschluss und startklar. Wir stechen das Rook-Piercing. Desinfiziert und eingezeichnet haben wir hier schon auf dieser Positionierung, da wo das blaue Pünktchen ist. Sieht man es? Ja. Da wird jetzt der Rook gestochen. Ja, dann können wir auch schon loslegen. Die Besorgung startbar, wir starten rein. Perfekt! Am Geburtstag, Herr Mayer. Genau. Bis zum Geburtstag, dann ziehen wir so ein bisschen an deinem Öhrchen und dann hast du auch ganz schnell den Rook. Und der Rook ist gestochen. Das war's. Super. Zack, geschafft. War super. Also, hat nicht weh getan. Das ist doch sehr schön. Aber jetzt soll ich das nicht einsetzen. Aber die Kathi hat gerade schon gesagt, du willst die Ohren immer gleich haben, links und rechts. Also werden wir gleich nochmal einen Termin für die andere Seite machen. Genau. Die Innerconch kommen noch. Genau. Und ich hatte ein Smiley-Piercing gesprochen. Ah, okay. Ja, das möchte ich auch noch haben. Wir haben jetzt gerade geguckt. Also Lippenband ist auf jeden Fall ausgeprägt genug, sodass man das Smiley-Piercing ohne Komplikationen stechen kann. So, der Schmuck ist drauf. Wir setzen den Schmuck ein. Der Schmuck ist drin. Du hast das Smiley-Pierce. Ah, schön. Fertig. Dann machen wir noch eben das Glitzer-Steinchen fest. Und dann hast du es geschafft. Wie geht's dem Kreislauf? Super. 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 Hast du heute Morgen denn schon Geburtstagskuchen gegessen oder noch nicht? Ne, ich habe noch gemacht. Ah, okay. Also kommt gleich Familie. Ja. Und du hast frei heute auch? Ja, ich bin ja noch in Elternzeit. Ah, okay. Noch bis Mai. Ja. Aber es ist schon entspannter, die ganzen Teste so vorzubereiten, als weil ich bin im ambulanten Pflegedienst sonst und das ist mega stressig. Ja, glaube ich. Dann ist man meistens vormittags und oft nachmittags unterwegs und dazwischen ist man eigentlich immer froh, wenn man mal die Beine hochkommt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann kannst du den Tag ja heute richtig genießen. Ja, das mache ich. Sehr gut. Glitzer-Steinchen. Sieht voll gut aus. Schön, danke. Und so schöne Stelle auch. Dann können wir es einmal eben kurz zeigen. Also hier ist jetzt der 3 mm Swarovski, das ist die Überlänge an Bananen, die wir benötigen und da sitzt jetzt das Rout. Super schön. Super. Cool, dass ich filmen durfte, Kathi. Einen wunderschönen Geburtstag wünschen wir dir noch. Vielen Dank.